Das ist nur scheiße, wenn es mitten auf der Straße liegt. Mein Gott, ist doch jetzt nicht so schlimm. Das ist nur ein Mensch. Das ist nur scheiße, wenn es mitten auf der Straße liegt. Jeelle hier hin, die ich mir nicht passiert hat. Das ist eine gute Frage. Ich bin miracăint, ich bin mir gefühlt. Wie ist das Pferd? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Na gehts. Hier können wir geschreien. Zwei Millionen. Ich habe jetzt über eine Million Liter Gras im Silo. Nicht ganz eine Million. Weil du hattest 400.000. Fast eine Million Liter im Silo. Oh da ging irgendwas raus gerade. So ist der Preis gefallen wieder. Sollten wir vielleicht immer durchgucken. Aber wir haben alles an. Beim Verkauf. Aufdink. Ähm. Es ja abladen können sie ruhig ein bisschen schneller. Ja ja. Wir haben es geschafft. Nikim. Frau. Mal reden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, jetzt haben wir alles. Gut. So, jetzt haben wir alles. So, jetzt haben wir zwei Millionen von den drei Wiesen. Okay. So, jetzt haben wir das. So, jetzt haben wir das. Warum fährt denn hier vorne gleich raus? Warum fährt denn hier vorne gleich raus? Warum fährt denn der erst wieder hinter? So, jetzt stehe ich hier und sehe das? Das fährt doch bestimmt vorne raus. Nein. Fehlt dort irgendwie eine... Bindung? Jetzt gleich mal gucken. Irgendwie die Verbindung von der Straße hier drüben fehlt. Was ist denn hier vorne raus? Ist das, was mich so ein bisschen wundert? Weil der fährt das wieder so hinter und fährt hier drumherum. Weil der muss dort hoch. Das ist das, was mich so wundert. Schauen wir mal. Gucken wir mal. Kann dir sein, dass da irgendeine Verbindung fehlt? Wenn ich da letztens noch was dran geändert habe. Und wenn nicht, dann verstehe ich es nicht. Warum das so umständlich das macht. So, der kommt von hier. Da fährt auch nicht hier raus. Und fahren die alle nicht mehr hier raus. Das ist das, was wir sehen, dass wir hier nicht noch nicht mehr haben. Das ist das, was wir sehen. Hmm.